E-Mail Challenge So, guten Morgen. Hier sind wir im E-Mail Challenge, wo ich noch mehr kenne, von Sam Flusster. Merci, Sam. Komm mal rein. Und wir gehen noch auf die Spätelnacht. Trotzdem, was ich mache, geh mal auf die Spätel, okay? Der Test, du kannst es aber an der Kapitelstelle überprüfen. Nee, du hast es noch mehr, du hast es noch von der Schildkirche, die ich mache. So, jetzt muss ich was wissen, von der ersten Laufheit von der Kamera im E-Mail. Vielen Dank. Es wird wieder Crüe, von der ersten Laufheit mit einer mega viel Eis, glaube ich, auf der dritte Laufheit höchst. Mega viel Eis. Ich habe mega kalt Lust. Und jetzt, wir kommen wieder an die Laufheit, dann wieder an die Laufheit. ? ? Are you ready? Are you ready? 8, 2, 3, 4, 5 Blast! Blast!